Mariano Rodolfo Vidal Molina war ein argentinischer Schauspieler. Leben Vidal Molina begann seine Karriere als Kinoschauspieler 1953 in Argentinien. Ein Jahrzehnt später übersiedelte er nach Spanien und etablierte sich als verlässlicher Nebendarsteller, der in zahlreichen Genrefilmen, darunter 16 Italo-Estern, seine gut aussehenden, aristokratisch wirkenden Züge einsetzte. Im Jahre 1991 spielte er seine letzte von 65 Film- und Fernsehrollen. In den Stabangaben werden oft Varianten seines Namens besonders häufig Vidal Molina und ein englisch klingender Nom-D-Film Tom Griffith benutzt. Filmografie 1963 Überfall auf Ford Yellowstone 1964 Höllenfahrt nach Golden City 1964 Die letzte Kugel trafe den Besten 1964 El secreto del Capitano Hara 1965 Dos mil dolares por coyote 1966 Die unerbittlichen 5 1967 Feuer frei auf Franky 1967 Chamango 1968 Rio Hondo 1969 Las Fida da Magna 1969 La Ultima Aventura del Zorro 1970 Manos Topes 1971 Un colt por Ophysirios 1970 Das Geheimnis von Schloss Monte Cristo 1970 La Myrte Busca Un Ombre Jahrhawk 19 20 21 22 22 22 21 22 Untertitelung des ZDF, 2020